Und damit Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, hier auf meinem Kanal Vlogsa. Wir spielen heute mal wieder Broke Heaven. Nice. Oh mein Gott. Ja. Wir gucken mal ernsthaft in die Bauchungskameras rein. Vor meiner Tür steht niemand. In meinem Badezimmer ist auch niemand. Das ist sehr schön zu wissen. Heute bin ich mal wieder der Kameramann. Ich bin Bruno und ich bin... Ich gebe heute random Leuten Bananen. Ich gehe jetzt einfach random zu Leuten hin und gebe denen Bananen. Perfekt. Okay, während du den Leuten Bananen gibst, würde ich sagen, gehe ich mal zu Brocks Dinner und werde da jetzt arbeiten. Ich weiß, ich bin YouTuber, aber ich brauche schließlich einen zweiten Job. Deswegen gehe ich da jetzt rein und werde heute mal einen Tag lang hier in Broke Heaven Pizza ausliefern, ja? Genau. Ja, auch wenn sie es bestellen oder nicht. Ich bin einfach gerade aus dem Fenster gelaufen. Ich auch, ich dachte, das wäre eine Tür. Was kannst du eigentlich? Wir nehmen uns das Bananamobil. Das ist nämlich hier der Jeep hier. Der ist gelb. Also Bananamobil. Und wir sorgen dafür, dass niemand heute ohne Banane einschlafen muss. Jeder braucht eine Banane vom Einschlafen. Jeder schiebt sich gerne eine Banane vom Einschlafen rein. So, wir arbeiten jetzt hier. Wir holen uns jetzt hier einfach mal aus dem Laden hier so eine Pizza. So, zack, haben wir geholt. Wir haben jetzt hier unsere Pizza. So, hier stehen zwei Leute. Wir bieten jedem davon eine Banane an. Mal schauen, wer meine Banane annimmt. Warum will niemand meine Banane haben? So, wir fahren jetzt irgendwie durch die Wohnsiedlung und wollen mal schauen, wer unsere Pizza annimmt. Das ist ja schon echt sehr spannend zu wissen. Schließlich haben die keine Pizza bestellt, aber es gibt mir heute einen auf ein gratis Haus. My question wäre jetzt, ob man die Bank ausraubt. Get Cash. Kann ich da jetzt einfach mein... Ich habe ja Geld in der Hand. Kann ich das da irgendwo reinstecken? Okay, hier ist doch jemand zu Hause. Wie kommt man denn da hinter die Tür? Weißt du, wie man ausraubt? Warte mal ganz kurz. Gratis Pizza ist... Ja. Mal gucken, ob sie die annehmen will. Oh, das ist irgendwie so eine Keycard oder sowas. Das, da brauchen wir doch bestimmt, oder? Und wir tun jetzt mal die Banane weg. Wir tun auch die Cola weg, weil wir brauchen die verschiedenen Karten dann noch. Es gibt nämlich noch mehr Karten. Die Karte brauchen wir und die Karte brauchen wir. Ja, sie hat sie angenommen. Sie hat sie angenommen. Ja, wir haben unsere erste Pizza ausgeliefert. Wow. Schönen Tag noch. Die Karten sind das alle nicht. Was wollen die denn von mir für eine Karte haben? Bye, danke. Wir haben unsere erste Pizza ausgeliefert. Leute, es läuft ja schon mal ganz gut. Okay, ab zum nächsten. Was wollen die für eine Karte haben? Warte mal, wir fahren eigentlich falsch mit uns. Da hinten ist ja auch noch eine Wohnsiedlung. Fahren wir da jetzt erstmal hin? Okay. Ich bin jetzt aus der Bank wieder raus. Wir haben ungefähr 30 Milliarden Dollar gerade von unserem Konto abgehoben natürlich. Schau mal, ey! Und da kommt auch gerade schon jemand. Ja gut. Ich hab sie gesehen, ja. Also das werde ich jetzt der Polizei melden. Ich kaufe auch eine Pizza. Wenn du meine Pizza annimmst, werde ich nichts der Polizei machen. Okay. Und warte hier. Warten Sie doch. Ja, das ist gratis. Ich will kein Geld. Nein, egal. Ich habe dir jetzt Geld gegeben. Du musst Geld für deine... Digga, das ist kein gutes Geschäft, wenn du kein Geld für deine Pizza annimmst. Ich bin YouTuber. Ich kriege Geld von YouTuber. Also das ist ein Geschenk für die Leute. Leute, mein größter Kanal Plottwist. 100.000 Abonnenten. Link in der Videobeschreibung. Wie viel Plottwist? Wieso hast du in deinem Haus so ein graues Ding? Was? Habe ich in meinem Haus? Du hast in deinem Haus so ein graues Ding. Was denn? Und vor deinem Haus stehen zwei Menschen. Ah, Musikbox! Wo habe ich denn ein graues Ding in meinem Haus? Keine Ahnung. Also hier ist der Beweis, Leute. Du hast ein graues Kastchen in deinem Haus. Ach so, ich habe dich geblockt. Ich muss dich wieder entblocken. Oh. So, ist hier jemand zu Hause? Guten Tag, Pizza. Oh nein, die haben Musik an. Lasst mich doch in Ruhe mit eurer Musik. Warum steht mein Auto da hinten? Niemand zu Hause. Niemand für unsere Pizza mehr. Wo haben wir denn hier noch irgendwas? Ah, ha, ha. Hu Akbar. Fassen. Wir haben hier eine Musikbox an. Deswegen muss ich mal ein bisschen reden und reden und reden. Weil das gibt es sonst einen Copyright-Claim. Und das ist nicht ganz gut. Sonst verdiene ich kein Geld mit dem Video. Daniel ist ja schließlich so Geld, gell? Nee. Nee. Sie wollen das Bananamon. Die will doch bestimmt Pizza. Ramm mich nicht. Ah. Ey. Das ist sowas von Karma. Das hast du bei mir. Das ist Karma. Jetzt musst du mich mitnehmen. Jetzt musst du mich mitnehmen. Jetzt musst du mich mitnehmen. Oh, guck mal, die ist da unten. Die kommt hochgerannt. Allemal-HeadshedKarma in die Comments. Guck mal, die steht da. 말이 da? Die ist da. Pizzamann, die ist da. So, wo man dann kommt. Oh, man, Gott ist wie niedlich. Komm mal, hier rein. Oh, hier kann man rein. Da wollen sich einrichten, das ist das Haus, Friedensbruch. Da bist du dran. Das ist das Haus. Das ist das Lied. Die gibt es dir die Pizza. Ich bin jetzt mal ganz schnell weg, Leute. nein nein ich hab dein auto ins wasser gefahren oh mein gott hast du einen guten chef wer ist denn wohl dein chef heißt der chef etwas schiet schienes schnudeln mit hühnchen süß sauer bitte einmal bitte die achtens du musst hartrücken einmal bitte die 28 zum mitnehmen jetzt reicht es mir aber und du kriegst jetzt eine strafe ich werde dich zur polizei fahren wenn du was hartrücken habe ich doch gesagt dann macht das halt ist wie 6 9 ist blut ok 6 9 ist blut also blut ist blut wie aktiviert nach da oben warte mal ja ich habe ein speed geändert ist auch schneller ihr wisst ja wegen corona ist ja die frisöre zu aber hier in brockhaven ist es so dass die frisöre einfach offen haben das heißt ich würde mal sagen wir färben unsere katzenmoodle einfach mal in pink ich hoffe dass es geht wenn ja das ist mega geil inshallah das geht nicht was machen die typen da zack oh nein der hat sich hier sein haus das gespawnt direkt vor meiner haus die drüge das denn nicht mit dem meiner ist das jetzt wegen coronas die zu haben oder nur vielleicht hatte ich mir erst mal meine haare waschen ich wasche mir meine finger und nicht meine haare was willst du take break kann man machen also ich habe mir jetzt meine haare gewaschen jetzt möchte ich aber gerne meine haare es geht nicht warum ein neues auto spawnen mein katzenmood so machen dann geht das gar nicht weil dieser katzenmood nicht als haare zählt das kann nicht gut sein gut dann würde ich sagen holen wir uns jetzt hier einfach mal eine zum schluss des videos ein eis und ich würde sagen leute von meiner seite war es das mit diesem ministerkopf natürlich mich über meine positive werte freund wir sehen uns beim nächsten was auch immer ich mache ihr habt euch wohl euer blogsa